Da hinten ist schon wieder ein weißes Licht. Tori, immer noch, genau. Ähm, das war jetzt ja Licht auf der rechten Insel, ne? Ja, ist schon weit weg. Und dann machen wir immer schöne halbe Stunden folgen, damit ihr auch was zu gucken habt. Und wir fangen an und dann zeigen wir euch mal, wie das so ist, was man am Anfang machen muss und so weiter und so fort. Worauf man so ein bisschen achten muss. Wir machen das halt, wir sammeln jetzt viel Fiber und sind natürlich zu dritt in einem Tribe und werden uns dann nachher zusammenstellen nebeneinander. Und dann wird einer oder mehrere halt Sachen craften, sodass wir alle immer schön fett XP bekommen. Da hat der alte Mörder schon wieder einen Dodo gekillt. Killer, Fabi. Wo bist denn du, Fabi, du alte Pfeife? Unten. Am Wasser? Ich hab schon Fleisch dran. Ah, ja, ja, ja. Das ist auch gut. Ich mach schon, ich mache Sachen. Ich hab auch Heid schon dabei und so. Komm mal zu euch runter, ich hab den in seine Bude aufgehakt, hab ihn aber dran liegen lassen. Was hat denn der drinnen? Hast du mal reingeguckt? Nur Anfänger-Sachen. Egal, alles mitnehmen. Mein Wasserfall, mir gefällt's hier. Mir gefällt... Bäh, bäh. Ich will hier unsere Base haben. Das ist voll die tolle Gegend. So will ich aufstehen jeden Morgen. Oh mein Gott. Was ist los? Wo ist das? Ich will an einem Wasserfall aufstehen. Oh, ich hab Longgrass Heads. Ey, das ist voll mein Traum, ne? Von einem Wasserfall geweckt worden am Morgen. Hallo? Ich lauf zu dem weißen Licht. Ne. Oh, ich werd gerade gehauen. Oh, Raptor. Oh mein Gott. RIP, Digga. Wo bist du? An der Küste. Oh, RIP. Alter, Level 36, Mann. Oh, an der Küste. Weißt du das? Ich weiß nicht, wo er war. Nordöstlich dieser komischen... Ähm... Kurz vor dem weißen Licht. Das da hinten ist? Oder welches? Das da... Ach, da. Nein, 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 nein. Nicht Richtung Blaue Obelist. Weil da ist jetzt grün? Diese komische... Diese große Insel, ne? Ja, im Süden da. Also im Südwesten. Da von die Nord-West-Drecke. Was da ist? Ich geh da. Ach, da hinten. Oh Gott. Kurz vor dem weißen Licht. Ah. Ja, und natürlich. Ich steh auf und bin instant wieder in dem Raptor. Ja, ey, da bin ich eben gespawnt B2. Ja. Das ist der gleiche Raptor. Ja, ja, 36. Der hat ihn eben auch schon gecrashed. Der hatte was gegen dich. Kann man hier jetzt eigentlich unter Wasser pflanzen auch? Nein. Oh, ich bin schon wieder in der Nähe von dem. Ja, dann muss ich nicht hin. Dann sammelst du deine eigene Sachen auf, oder? Wie denn? Wie denn? Da ist ja der Raptor. Wir müssen den irgendwie killen. Oh, Alter. Wenn man hier so das Haus hinbaut, ne? So mitten auf die kleine Insel. Voll geil. Er tötet hier die ganzen Dodos, dieser Mörder. Ich seh den Raptor. Muss mir noch eine Speerkraft. Achtung. Achtung. Wasserfall. Reil. Geil. Ja, ja. Kommen wir hier raus? Ja, hier. Ich hätt voll Bock, da einfach YOLO runter zu springen. Ich mach das gleich. Einfach mal. Warte mal. Ich spring mal. Oh, lol. Autsch. Ich hab mir weh getan. Ich hab mein Zeug wieder. Ist das, ist das geil. Alter, ich steh, Alter. Ey, hier unter ne Base bauen, wenn das gehen würde. LOL. Ist das von vorne? Warte, bleib du mal da stehen? Ja. Nee, man sieht's, glaub ich, voll. Sieht man das? Komm mal runter, dann siehst du selber. Da ist so ein Absatz im Wasserfall drin. Ah. Wie, wie, wie krass das wäre, wenn man so ein Haus da reinbauen könnte, ne? Also, ich, ich frag mich immer noch, warum die keine, keine Höhle hinter dem Wasserfall haben. Ja, das ist doch eigentlich Standard. Egal, egal, dass es Klisee ist und in jedem Schalz. Nein, Mann, das, das ist voll geil. Hast du das Licht schon aufgefahren, Thomas, ne? Ich kann nicht da rüberspüren, wann da drin ist. Das Licht ist aber weg. Nö. Nein, nein, das war jetzt, das Licht ist noch da, oder? Ja. Was? Da. Ist nur nicht mehr am Spawnen, sondern jetzt um... Meint er nicht, dass da hinten... Weiß ich nicht. Ey, wollen wir nicht mal gleich eine Schleuder bauen, sondern viel ohnmächtig machen, das killen? Also Level 5 werden. Ja, ja, easy. Ja, ich bin gleich Level 5. Ja, ich bin auch gleich wieder Level up. Warte, ich geh jetzt Thomas Elfen da drin. Oh shit. Oh, ein Kanu. Oh Gott. Ja, der jagt irgendjemanden. Nein, irgendetwas. Irgendwas. Ja, das ist gerade... Komm hier auf die andere Seite, wo bist du denn da? Ich bin auf der Seite von... Ach, du bist eh hier beim Fronten. Wir nehmen den Boden... Ey, wir müssen bei dem Kanu aber aufpassen, ne? Leis. Braucht nicht. Easy. Boah, die Sonne, Alter, die blendet immer durch den Boden, das nervt. Ja, ein bisschen. Gerade so ein bisschen eklig, die Sonne. Wer ist denn da vorne? Weil da vorne läuft ein Schweinchen weg. Die Dinger kriegen wir nie tot, Alter. Doch, die baggen gleich in Steine. Nein, doch nicht. Das sind schlaue Schweine. Ja. Nicht alle so dumm. Das sind meine ganzen Nachgrüssen nach da unten. Die haben sich nicht gesteckt. Stirb. 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 Oh Gott, wie klein man ist, wenn man... Also wirklich. Klein. Klein man ist, wenn man sich klein macht, ha? Ja. Aber das Ding ist, das ist aber eigentlich ganz gut, weißt du? Weil man ist... Man wird nicht so gut gesehen und alles. Weil eigentlich nur Vorteile. Das war das Geile, ne? Wir haben uns echt nicht abgesprochen und sehen alle gleich aus. Ja. Und hatten alle die gleiche Idee eigentlich. Ich wollte auch nämlich schon lange mal so eine kleine Missgeburt bauen. Dann hab ich mir gedacht, gut, mach ich eine. Vor allem werde ich jetzt auch nicht auf 400 HP gehen, sondern auf 200 und dann mehr in Weight und Utility und so Zeug. Ja. Das ganze Zeug. Fortitude ist halt auch... Fortitude. Ja, Fortitude hatte ich kein Problem. Das hatte ich auf 30 auf dem anderen Server. Weil man merkt, 30 ist auch auf den Bergen, wirst du schon gut gefickt, Alter. Halt dir so ein Ding rein, so ein Chili. Geht schon. Ich komm jetzt da rüber und dann... Ja, ich renne in Richtung White Light. Wo ist das? Warte mal, du bist hier irgendwo, weil ich krieg XP. Ich hab dich aber voll verloren. Ich lauf durch so einen Wald. Ja, ich auch. Ich bin gerade vor so einem Trike. Was ist das Dilo, was ich gesucht hab? Renn einfach zu dem... War welches Leveler der Dilo? Hä? Keine Ahnung. Neun. Ich werde es aber töten. Töte es. Ich lauf einfach Richtung weißen Licht lang. Oh, hier ist auch ein Dilo, Level 3. Töten. Ich kann nicht Richtung weißes Licht laufen. Dieses weiße Licht ist auf einer anderen Insel, Richtung blauen Obelisten und... Da sind drei ja dazwischen. Ich dachte, wir treffen uns. Ne, dann müssen wir wieder zum grünen Obi. Ja, ich geh das mal hin. Oh, ich bin gleich ripped. Ich hab Level 5 erreicht. Gleich gibt's Steinschleudern, Jungs. Okay. Okay. Muss weg. Der Dilo ist zu krass. Toll. Mach dir einen Sperr. Ja, die Sperr nutzen nix. Die brechen immer einfach ab so schnell. Wo war ich da? Ich bin jetzt bei einem weißen Licht. Halb, hier ist kein Raptor. Der hat nur noch zehn. Schon wieder so ein Fiuma-Sattel. Komm, leck mich. Ich bin nicht in Kamburg. Ich dropp den jetzt. Wir haben einen mehr als einen, wenn wir nicht brauchen. Punkt. Aus. Ende. Ja, ihr seid auf der anderen Insel. Ich war gerade bei dem weißen Licht. Ist gerade da unten drin. Hey, du musst mal sagen, wo du jetzt nämlich bist, weil ich bin weg. Ich hab keinen Plan, wo du bist. Ich geh wieder zum grünen Obelisten zurück, während ich fahr Wasser mit. Komm mal an die Küste runter. Wenn du Richtung Obelisten wegläufst, ist die Küste rechts. Wenn du zum Obelisten laufst, links. Links, ja, okay. Ich lauf da unten mal ins Wasser. Ich bin jetzt an dieser Halbinsel, die so einen Kreis macht, weißt du? Dazwischen ist so ein... Die zwei Buchten da. Ja, ja, da bin ich. Ja, warte, ich bin da auch. Ich seh da ein Bildo. Da musst du erst töten. Au. Ich hoffe, deswegen dringte ich das nicht um. Ja, ich auch. Deswegen. Level 2. Oh shit, der hat mich angespuckt. Der ist löslich. Ja, da sieht man immer so viel. Voll ohne Lüge. Okay, komplett das Fetch-Fetch-Zeug hab ich jetzt gelernt. Ähm, Hütten-mäßig, oder? Oh, weißes Licht. Halb. Ja, direkt neben mir quasi. Da an der Insel. Ah, das da? Weil genau vor uns ist ein weißes Licht gespawnt. Ja, und ich bin links davon über die kleine Insel. Oh, da drin sind Haie. Ja. Stirb. Da sagt er so ein Haier. Und direkt gegenüber auf dem, auf der, äh, hinter dieser, hinter diesem Licht auf dieser Insel ist der Raptor. Und der Kano. Ja, genau. Und da bist du, oder was? Ja. Oh mein Gott. Ich seh' euch laufen sogar. Ja, ja, wir sind hier drüben und schön, oh, hinter uns. Mein Speer bricht gleich. Ihr helft mit dem Zildo. Nein, nevermind. Ach, das war der 19er, den ich schon mal geklatscht hab'n bisschen. Echt? Ja. Ich sammle hier Heid, ne? Von den Viechern. Nein, sammle ich Fleisch mit der Spitzsacke. Ja, ja, Spitzsacke hau' ich rein, aber krieg' ich trotzdem Heid. Natürlich. Ah. So. Wo ist unser Kollege? Da drüben, oder was? Gleich nicht mehr. Ihr müsst meinen Namen sehen. Ah, da unter Wasser taucht der alte Bandit. Ja, ich schwimm einfach mal rüber. Da kommt der Zigeuner angetaucht. Mhm. Vorsicht! Bleib mal noch. Guck mal, ob ich noch was zu beißen hab', Alter. Ja, Mejo. Ich hab' ein bisschen Fleisch, auf jeden Fall. Ah, ich hab' jetzt fünf Fleisch, aber ich weiß nicht, wie lange das hält. Alter, warum bist du der Fug? Du bist braun auf dem Kopf und... Ja, ich hab' mir so schwarz gemacht. Guck mal, meine Hände sehen aus wie ein Affe. Guck mal, von hinten musst du mir meine Finger angucken. Sieht aus, als wenn ich ein Affe bin. Ja. Bleib mal. Mein Gott, was bist du denn für ein Detlef? Alter, was hast du für Arme? Alter, du kannst hier so hässliche Missgeburten bauen, ne? Trafter gerade, ne, by the way. Bleib mal hier. Mach' euch Klamotten. Okay, dann Fetch Foundation, dafür brauch' ich Holz ein wenig. Jacke, Schuhe. Ein Einsatzklamotten, komm gleich. Ist das jetzt der ganze Satz gewesen? Ah, warte, hier noch ein Hut. Hut. Oh, so gut. So. Ich guck mal, was ich habe. Ja, zieht euch an. Handschuhe, das... Hier ist noch ein Shirt. Ja, okay, ich brauch' nix mehr, ich hab' alles. Ja. Ja, hast du noch ein paar mehr? Über, ich hab' nämlich nichts. Ja, warte. Ich hab' noch 157 Fiber, wenn du was brauchst. Ja. Brauchst du? Ja. Ja, die Fiber brauchen wir auch dann für die Fett-Sachen, ne? Hm. Ich hab' vergessen. Also, du brauchst... Du hast jetzt Shirt und Hut, okay. Dann, einmal Handschuhe. Blau. Fens. Brauch noch Heid, hat noch jemand 5 Heid oder so? Ja, ja, hier, 20 Heid. Toll. Easy, fleißig am Sammeln, Junge. Was los? Alter, wer wirft hier seine Kackbällchen rum? Das ist... Das ist mein Kackbällchen. Da ist der Rest für Thomas und wir sind alle angezogen. Ja, habt ihr alle alles? Guck mal. Guck dir mal seine Beine an, Alter, wenn er die rußt. Du bist so ein hässlicher Mongo, ey. Das ist so krass. Guck mal meine an. Ich sehe auch so aus, Junge. Aber, Alter, ich hab mir wenigstens noch Bizeps gemacht. Ja, dann bin ich der starke Zwerg. Ich brauch kein Bizeps, ich hab' ne Brust. Das reicht, weißt du? So, was wollen wir machen? Wohin? Ja, ich bin dafür, dass wir... Der grüne Obi ist nordöstlich von uns. Geht's erstmal, das Licht holen, ne? Nee, nordwestern. Alter, da musst du aber von oben rum fahren, von rechts, glaube ich, ran. Nein, nein. Oder kannst du da rauf? Willst du das Licht holen? Willst du das Licht holen? Das weiße Laser-Ding, genau vor uns, Digga. Was los? Links von uns. Das ist weg bei mir. Ey, 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 ey. Ey, lass mal rüber da, komm. Komme ich hier von hier echt nicht hoch? Nee, deswegen sag ich ja, du musst von der anderen Seite rauf. Hättest du das mal gleich sagen können? Ja, hab ich! Du Pfeife, ich sag nicht davon... Ey, so hättest du ja gleich sagen können, sagt er zu mir. So'n Arsch, Alter. Ich gu- Kommt der Labio so hoch. Oh, oh. Ah, nee, ist doch der Bronco. Ich dachte das. Boah, Digga, mach mir keine Angst. Ich lauf da voll drauf zu auf den Laser, ey. Ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht. Ja, ich bin oben, oder? Ja, ja, ich bin oben. Geh mal da hin. Einmal rundum geschwommen. Ja, rip, Digga. Das ist ja voll... Oh, nice. Zwei Storage-Boxen. Zwei Standing Torches. Ein Simply-Bed, Alter. Oh, 20 Spark-Powder. Pervers, Leute. Und Wooden Signatures. Hier, hier ist das Licht. Da kann ich auch gar nicht drauflaufen, aber das ist bei mir nicht weg. Kommt mal lieber runter hier und helfen mir. Was los? Spieler? Mega Piranhas. Wo bist du denn? RIP, Digga. Ich glaube, das müsste ein Nerd nicht von der Insel sein. Shit. Warte mal, ich weiß nicht, ob ich dich sehen kann. Ich bin oben am weißen Laser. Ja, unten. Im Wasser bin ich. Weil da... Ey, Leute, wenn ich ein Bett hier hinstelle, hier jetzt irgendwo... Spawnen wir da alle? Ja, bringt nicht. Wir bauen eine Foundation dafür. Ah, okay. Dazu brauche ich ein paar Holz. Ah, scheiße. Ja, egal. Wir bauen nochmal neue Rüstungssachen dann für ihn. Ich hatte nicht viel. Ja, deswegen. Also, Leute, ich hab jetzt... Guck mal, wollt ihr das noch mitnehmen da drinnen? Ja? Da ist noch zweimal dieses Schilder. Ich seh nichts. Ich seh nichts. Wie, echt nicht? Hier ist das. Hier. Genau vor mir. Ich weiß, ich bin da dran gelaufen, aber ich seh nicht. Warte mal kurz. Ich dropp dir das mal in die Richtung dann. Hm. Da. Ah, hier sind die Sachen. Hier sind noch so zwei Schilder. Vielleicht wollen wir die ja mitnehmen. Oder brauchen wir... Weil wir können die ausstellen und zerlegen. Ja, genau. So gut. Eins von denen ist ein Blueprint. Hast gesehen. Ey, die zwei... Die zwei Storage-Boxen behalte ich dann erstmal, ne? Richtig, ja. Ich bin dafür, dass wir uns da hinten bei den Steinen obendrauf bauen. Da vorne? Am Wasser? Ja, hier. Oder wollen wir das hier so auf der Insel, guck mal, hier so in die Ecke machen? Hier. So ein bisschen die Steine weg und dann sind wir hier eigentlich gut versteckt. Guck mal, hier zwischen. Alter, hier wär voll... Guck mal, die Base muss ja auch gar nicht so krass groß sein, weißt du? Wenn man so gut versteckt ist, so zwischen... Eigentlich, du hast vollkommen recht. Die ist perfekt eigentlich, die Stelle. Warum stirbst du denn, du Bruder? Fabi, bleib mal bitte tot. Nein, schade. Fabi, bleib tot. Wir machen Bett. Ich kann immer wieder... Ja, ist egal. Ich kann immer wieder sterben, wenn ihr wollt. Alter, Leute, hier zwischen wär die perfekte Base. Ohne Witz. Ja, chill. Ich brauche eine Foundation. Ja. Die ist dreimal drei und alles ist easy. Mehr brauchst du ja nicht. Ja. Weil je größer unsere Base ist, desto auffälliger. Und ich hab auch überlegt, ich glaub nämlich, dass Katzen und Vögel so die besten Tiere sind. Ich weiß gar nicht, ob man so große Tiere braucht, weißt du? Kano, Katze. Ja, Kano, Katze, genau. Und Vogel. Und mehr nicht. Ja. Ronto. Warte, geh mal runter. Du bist da im Weg. Sorry. Okay, Bett steht. Digga, kannst bei uns spawnen, Bruder. Dann haben wir nämlich erstmal einen Spawnpunkt. Ja, stopp, Juri. Ich hab mir mal was zu knabbern rein. Gesundheit. Ah, da ist er ja. Guck mal, hier. Da liegt er im Bett, Alter. Leute, wie er aufsteht. In Zeitlupe. Oh, du siehst aber echt gut aus, Digga. Du siehst aus wie so ein Karl-Heinz um die Ecke, weißt du, mit dem keiner was zu tun haben will. So ein kleiner Pädophiler? Ja, ja, so ähnlich. Guck, also, Fabi, die Stelle ist doch eigentlich ziemlich gut, oder? Ey, die Ecke, Leute, hier rundherum, Steine, die dürfen dann nur nicht abgebaut werden, ne? Die kann man nicht abbauen, das probier ich gerade. Die sind alle unabbaubar. Warte. Kannst du, du Nase. Nee, kann man nicht. Den hier kann ich nicht abbauen. Ja, aber den hier. Fabi, du kannst mit der Hand nichts abbauen, dann Steinen, du Ommel. Aber ich dachte, ich kann schlagen, und dann bekomme ich den Schlageffekt. Warte. Nee, den kann ich auch nicht abbauen, hier. Das Einzige, was ist, wir haben halt ein bisschen schwieriger, wieder hier hochzukommen. Ah, hier. Den kann ich abbauen. Okay, dann lassen wir den mal. Ja, ja, eigentlich ist das ganz cool. Ich finde aber, wir nehmen dann eine ganze... Ah, wir können hier ja die ganze Halbinsel annehmen, wenn wir da nicht wieder Bock haben. Ich hole mal ein bisschen Flint, Leute. Was ist los? Hört mal da hoch. Was ist los, Herr? Ich will auch lachen. Was ist das? Holy shit, ist das creepy. Was ist los? Trenn dich um, trenn dich um. What the fuck? Ein lebender Stein mit Kopf, Digga. Nein, das ist ein neuer Dinosaurier. Wie heißen die Steinechse? Die wurden neu reingepatcht ins Spiel. Ey, warte mal. Nicht töten. Mach den Stein nicht kaputt. Nee, nee, will ich auch nicht. Weil ich gehe jetzt wieder weiter, sagen wir, ich muss mir erstmal wieder neue Nakrobären und alles... Ach, warte, ich weiß ja, wo ich gestorben bin. Ja, das liegt ja 15 Minuten. Pass aber auf in den Piranhas. Ja, das stimmt. Fuck, ich weiß nicht mehr ganz genau. Warte, ich muss ein bisschen weiter... Also, ich weiß ja, wo ich gestorben bin. Warte, ich weiß nicht mehr ganz genau. Ach, hier, 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 hier. Und keine Piranhas in sich. Sehr gut. Oh, warte mal. Backt die fest hier, die Schildkröte? Lol, guck mal, was sie macht hier. Alter, lol. Der, guck mal hierher. Guck dir das mal an, wie geil die hier hängt. Könnt ihr mir einer helfen mit dem Piranhas? Nein. Nee, wenn wir auch sterben, wir können die noch nicht fertig machen. Natürlich. Nimm den Speer in die Hand und knechte den einen da. Pussi. Au, Alter. Danke. Da kommt noch einer von diesen Möllerfüllen. Vielleicht der nächste. Äh, wenn einer stirbt, komm, guck mal, ich sag euch, ich bin da drüben. Wo? Wir sind weiter den Stein entlang. Äh, rip, Digga. Rip. Rip, Bruder, rip. Parcours Fails. Parcours Fails, sagt er. Wir müssen die hierher baiten, die Viecher. Also, ich kann gar nichts. Ich bin mit dem Drittel live besetzt und ich hab kein Essen. Oh, da kommt der. Oh, da kommt der. Digga, was hat der für ein High-Level, der Arsch? Ich hab meine Nagrobär. Ich hab das wichtigste Zeug wieder. Warte, warte, warte. Er ist Level 19. Ich baite ihn. Jetzt hab ich ihn. Oh, du. Dann töte es. Du Lauch. Na, ich hau ihn hier. Guck mal, er kann nichts machen. Ja, du Spaß. Die Bam, Alter. Was willst du machen? Jetzt weißt du, wer hier der Babo ist. Ah, da tut mir noch einer, warte. Also, Leute, ihr haltet euch mal mit dem... Ach so ein Glas, ach so ein Glas, ja. Ah, ah, ah. Warte, ah, ja, er ist raus. Ich hab keine Waffe. Ich muss meine Waffe holen. Komm her, Piranha. Da kommt gleich noch einer. Ups. Lass mich vorbei. Lass uns weg, Digga. Zu viele. Aber meine Sachen. Ach so, sind die immer noch da drin, oder was? Ich hab nichts alles bekommen. Warum hast du nicht einfach F gedrückt? Was ist F? F? Nee, Blitz and take all from your inventory. Das kann ich natürlich machen. YOLO. Oh, pass auf, YOLO kommt. Das geht nicht. Oh mein Gott, RIP, Digga. Du, warst nicht gebetet. RIP. Die nächste Kleidung ist weg. Lalalala. Das ist Access Inventory. Ja, ja. Und dann, ich take all from your inventory. Bett hat cooldown, gratuliere. Nein, eben nicht. Ach so, ja, dann musst du draufklicken. Das kann schocken. Dann sag ich mal, good luck, have fun und so, ne? Das Bett hat noch cooldown. Fuck off. Ja, da kannst du... Das find ich aber auch komisch, ey, warum ein Bett ein cooldown hat. Ja, damit in einem Fight nicht immer... Nicht massen spawnen machst. Ach so, ja, okay, hast auch recht. Wie viel cooldown noch? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich lieg direkt neben mir. Ich wunge das. Ich bin auf der anderen Seite, glaube ich, von uns. Ähm, Tori, ich komm mal hoch. Sag mir mal gleich, wo ich die zwei Kisten hinstellen soll, damit ich schon mal ein bisschen was storagen kann. Ja, das... Genau, das... Ich baue ja gerade deshalb Foundations an alles. Aber warte doch, wenn du craftest. Wir kriegen doch alle EP dann, oder nicht? Ja, die Foundations muss ich jetzt erstmal setzen. Ich muss zeitlos werden auch. Ja, ja, ich komm gerade zu dir. Seht ihr das weiße Licht? Ja, da vorne. Okay, ja, kein Ding. Wir bauen hier... Ey, aber hier zwischen ist ja die beste, ne? Beste Versteck, Alter, eigentlich. Das Ding ist auch... Es ist scheißegal, ob du da versteckt bist. Dann ist wieder das gleiche wie unsere alte Base. Du machst eine Seite zu und die anderen Seite kommst du nicht hoch, weil ne Klippe da ist. Die einen sagen sie... Oh, geil, Slingshot, Forge, Bier und... Nice. Ja, Hauptsache ist es ein bisschen was drin am Anfang, ne? Ja, ich will dieses ganze Zeug nicht neu craften. Und so wie es aussieht, spawnen hier auch nicht wirklich gefährliche Tiere erstmal am Anfang. Ne, ne, Küste ist eh immer relativ simpel. Naja, ein Kano ab und an mal und ein Draptor. Ich war hier in der Nähe schon mal. Ich mag die Pussy an sich, weil der Obi auch sehr schön liegt. Ja, der ist direkt vor unserer Fresse. Was willst du denn eigentlich mit dem Obi? Im Zweifelsfall kannst du ein paar Sachen downloaden, äh, uploaden. Ja, okay, uploaden. Wenn wir Hai-Tiere haben. Das Ding ist, ich hab meine Sachen ja alle noch geabt. Also meine ganzen Dinos, alle. Auch mein Charakter. Zum Glück hab ich die... Ich hab den Charakter noch nicht hochgeladen. Das sind Probleme. Ja, das ist egal. Der Charakter ist eh egal. Da kannst du... Ja, meiner war auch schlecht geskillt. Deswegen hab ich das lieber nochmal neu gemacht. Wir könnten... Den hier würde ich auch ordentlich machen. Leute, wir könnten sogar das Kanu drüben, wenn wir genug Fleisch sammeln, können wir das sogar als erstes zähmen. Auch ohne Sattel. Den Raptor. Oder den Raptor halten. Den schnell, den seh ich ja auch. Ich weiß ja auch nicht, wo der steht. Ja, ja, der steht direkt gegenüber von uns. Den könnte man eigentlich so ins Wasser hier an die Ecke locken und dann... Ja, würde ich aber vorsichtig sein. Ich fiege das auf den Gen ab. Das ist mir schon ein paar Mal passiert. Ja, deswegen. Ich bin gleich da. Ich bin nur etwas angrampert. Und ich brauch Essen. Warte mal, ich muss... Ja, du... Gewöhn dich einfach dran, dass du am Anfang erstmal vielleicht stirbst. Nein. Nee, ich hab ja ne Flamme stehen. Ganz am Ernst, ist so easy. Hast du Feuer? Ja, ich hab in der Nähe, hab ich ein Ding so hingestellt. Oh, Digger. Ich hatte das auch vorhin einmal gesehen, aber... Das einzige Mal, als ich jemals gestorben bin am Anfang, ist, wenn du über die halbe Map laufst, um irgendwen zu treffen. Ja. Hier ist der Base. Warte mal, das Ding ist... Ja, da ist noch Fleisch drin, ne? Ich pack da auch noch mal 13 Fleisch rein. Wir müssen was zum Brennen holen. Hey, wo bin ich denn hier? Hey, Leute. Jo. Das ist mega geil hier. Da hat ein riesen Wasserfall und da ist so eine Base drauf. Warte, ich geh mal gucken. Wenn da eine Base ist, dann ist es nicht mega geil. Na, unsere netten Nachbarn. Leute, das sind nur so kleine Storage-Boxen. Guck mal, ich pack die mal nebeneinander. Ich lass sie erstmal hier. Wir können ja nochmal neu bauen, aber ich hab erstmal... Ich muss... Das ist eine riesen Statschütte von Klotzer. Ballastlos werden. Mmh, natürlich. Ein paar Steine, bisschen Fiber. Das Spark Powder ist halt richtig gut, ne? 20 Spark Powder. Brennt lange. Ich hab mal ein bisschen Happa-Happa. Okay, jetzt reingucken. Okay. Okay, by the way, it's level... Bin jetzt level 5. Stimberries haben wir auch erstmal. Ich glaub, entweder ist der Raptor-Sattel level 15. Ja, der ist 15. Und der 10 ist... Ist Fiumi... Äh, ist Parasaur, ne? Ja, level 15 ist Raptor auf jeden Fall, ja. Ender PIN-Code. Muss ich jetzt echt deine Kiste zuschlagen? Und die Fakten... Ja, werde ich's machen. Ähm... Wieder so hässlich heiß, Alter. Boah, ich hab Hunger und Durst. Ja, Durst ist nicht so schwer, oder? Ja, einfach ins Wasser planschen. Untertauchen. Aber Hunger. Bär holen und jeden Dodo-Dilo und sonstige Scheiße töten. Ja, das ist eh am Anfang. Also das... Das Ding ist, wenn man's einmal weiß... Ich fand's am Anfang halt noch ein bisschen schwierig, wo man das Spiel noch nicht kannte, weißt du? Ja, ich hab früher nie den Speer gemacht, weil ich immer dachte, die haben alle gesagt, den kannst du eh nur einmal werfen. Ich dachte, ich wusste nicht mal, dass er mit denen eine Melee-Attack ist. So, Axis Inventory. Was haben wir hier? Fiat Flint auch. Hat sich voll gelohnt. Voll. Ich bin voll reich jetzt. Aber ich muss ehrlich sagen, den Speer, den Speer finde ich aber trotzdem useless, weil die brechen extrem schnell ab. Mhm. Also damit, da hau ich dann lieber mit einer primitiven Axt oder einer Picke auf so ein Tier. Ich glaube, ich spaw mal jetzt wieder hier. Oder hast du zu viel Wichtiges? Ich hab fucking re-geared und alles. Ich bin voll in der Nähe, glaub ich. Also bei uns ist ein... Wenn du mal guckst, genau neben uns links ist ein neuer Laser gespawnt, ein weißer. Warte, ich bin gerade ins Wasser gejumpt. So geil hier. Oh, natürlich. Das war jetzt sehr schlau von mir. Was hast du gemacht? Piranhas wieder? Nein, ich bin ohne Star-Mind ins Wasser gespawnt. Nein. Ich muss nicht gucken, wo ich bleibe. Naja, du baust auch ab, ne? Ja, gut. Komm bitte. Ich baue Holz. Ja, ich überlege natürlich. Ich glaube, dass ich gut bin. Ich helfe mir auch ein bisschen mit. Wie ein fleißiger Abbau. Jetzt muss ich mal gucken, was brauche ich denn? Fett? Also Fiverr und Fett habe ich genügend auf jeden Fall. Ja, Woods. Woods haue ich auch nochmal mit ab. Wollen wir uns nicht mit Schildkröte ziehen als erstes? Schildkröte? Ne, wir haben doch einen Sattel fürs Schwein. Ist doch viel besser. Lass uns das machen, was wir als erstes so mit Sattel haben. Würde ich sagen. Ja, der Fiumhier Sattel ist E-Level 5. Ja, aber wir müssen den halt nicht leeren, ne? Den Scheiß. Weil wir... Weil wir haben einen. Verdammt heiß hier. Oh. Hab ich dich gehauen? Ja. Sorry. Weil ich bin jetzt nochmal... Warte, ich bin jetzt hier beim blauen Ohlisten. Da drüben waren wir vorher. Wir sind doch einfach nur rechts rüber. Aber warum finde ich euch doch nicht? Können wir jetzt mit nach Hause an die Base. Ich hab genügend... ...für viel bauen können. Warte, ich will nur schnell was essen. Hm, Essen ist jetzt auch drin. Und das Fleisch, nicht vergessen. Ich hab jetzt insgesamt 80... Boah, ich müsste da hinten zu dem Laser gleich mal hinlaufen. Von dem weißen? Ja, der ist direkt neben uns. Man weiß nie, ob da was Gutes drin ist, ne? Ist ja immer verschieden, so ein bisschen. Warte mal, lass den mal kurz stehen. Ich will mal... Ich finde, ich seh den auch nicht. Hier ist so ein Weißwald. Soll ich dir die Koordinaten nennen? Ja, vielleicht anfangen, ne? Ich bin jetzt eben beim blauen Obelästigung. 18,82 bin ich jetzt. Da ist ja das mit dem Mi. Kannst du überhaupt nicht definieren. Ich war ganz einfach von dieser Scheiß... Ey, ich hab 80 Holz in die rechte Kiste getan. Wir sind bei LUT, äh, bei Long 29 und bei LUT 71 circa. Gehst du von einem braunen Scheißhausen aus? Oder von einem Schriftzug? Nach dem braunen Scheißhaufen? Er wieder, Digger. Gehst du nach dem Schriftzug, wa? Ich geh nach dem Schriftzug, ja. Geh nach dem braunen Scheißhaufen. Weil da ist es auch wirklich, so weit ich weiß. Schwer zu sagen. Nein, gar nicht. Erstmal neues Fleisch. Gar nicht, hier ist... Bei dem... Gar, ich sterb, aber nochmal ein LUT. Ich hab nichts dabei. Nichts dabei? Okay. Weiß nicht. Ich denk schon an nichts, was man nicht draften könnte. So, wir sagen trotzdem erstmal danke fürs Zusehen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss. Bis da.